Luftige Überraschung. Hermann Wulke hatte sich gestern Nachmittag für seine Freundin etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zusammen bestiegen sie den Turm der Stadtkirche St. Marien. Oben angekommen, überraschte er die Ahnungslose mit einem Heiratsantrag. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Anschließend wurde die Neuigkeit im Kreis der Familie gefeiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017